Egal wie kalt dieser Winter auch sein mag, mit diesen gefütterten Martin-Stiefeln sind sie bestens gerüstet. Hergestellt aus 100% echtem Rindsleder und mit einem Innenfutter aus australischer Schafwolle. Halten sie ihre Füße selbst bei minus 20 Grad Celsius angenehm warm. Diese Stiefel sind zudem wasserdicht und rutschfest, sodass sie sich mühelos durch verschneite Wege bewegen können. Die weiche Sohle sorgt für einen hohen Tragekomfort. Vergleichbar mit Sportschuhen und schont ihre Füße selbst bei langem Tragen. Mit ihrem anspruchsvollen und stillvollen Design eignen sich diese Stiefel sogar für geschäftliche Anlässe. Als Direktverkauf aus der Fabrik bieten wir ihnen unschlagbare Preise an. Nur heute können sie bei ihrer Bestellung von einem Rabatt von 60% profitieren. Verpassen sie nicht diese großartige Gelegenheit, um stillvoll und warm durch den Winter zu kommen.